Das war's für heute. Das war's für heute. Was kriegst du hier hinten? Da pack ich mich dreißig mal. Nein, diesmal schaffst du das. 100%ig. Verdammt. dann haben wir noch was für den Knief, jawohl, so ja, 1.2 das hätte nicht sein gebraucht einmal noch und dann bis zur jeskido erst mal wieder runter, ja, bitte? 15 Sekunden, wo die beiden abgehoben sind dann ja, bitte? ja, bitte? dann fiege ich zu irgendeiner Gondel oder so und wie jetzt dahin weiß ich nicht ja, weiß ich ab hier fahr'n wir mal hin dann wir wieder Gondel Vielen Dank.